Servus liebe Lecomio Freunde, wir sind jetzt gerade hier im Bandraum. Ihr seht es, wir bauen gerade fleißig ab, um startklar zu sein für heute Abend auf dem Lohhofer Volksfest in Unterschleißheim in Lenas Festzelt. Wir spielen heute zum ersten Mal in einem Bierzelt live. Um 20 Uhr rum circa geht es los. Wir freuen uns brutal drauf. Wie geht es euch Jungs? Sehr gut, danke. Sehr guten Schlaf, so schlecht. Ich hab Bock. Hast du echt? Hast du gut geschlafen? Sehr gut, danke. Und du? Ich auch, danke. Mega, haben wir schon was gemeinsam. Und? Und? Heute ist mein Glückstag. Geil. Ja. Ist es firm in mir? Hast du geschlafen? Oh, tatsächlich gar nicht gut. Ja, tatsächlich richtig scheiße. Ich frage mich auch nicht, warum. Ich war jetzt nicht nervös oder sonst irgendwas. Aber relativ schlecht. Deswegen hatte ich heute so ein kurzes Motivationsloch. Aber schön, dass du trotzdem da bist. Ja, ich hab mir dann innerlich gedacht, ja, kannst du auch nicht sitzen lassen, die Jungs. Nee, alles tip top. Mir geht super. Nur tatsächlich, wenn du dich so direkt fragst nach dem Schlafen. Ich hab scheiße geschlafen. Und? Ja. Aber das wird richtig gut heute. Sehr richtig gut. Danke doch. So bin ich zu dir. Also Prost. Prost. Prost, die Hand. Okay, komm. Okay, let's go. Wir haben uns gerade mit der Veranstalterin unterhalten oder von der Festwirtin, er mit der Festwirtin und haben uns das ein bisschen kurz vorgestellt, sie begrüßt natürlich auch und sie hat uns natürlich auch begrüßt logischerweise und ja, jetzt bauen wir dann auf und stellen unser Setup und dann haben wir das ein richtig geschmeidiger Abend. Das sind die größten Suffköpfe. Die habe ich im anderen Bierzelt bedient und ich bin extra wegen uns nach Unterschleißheim gekommen. Richtig geil. Jungs, schreit mal in die Kamera rein. Jaaaa! Oh! Geil oder? Das musst du gescheit reinfädeln. Jaaa! Perfekt! Und Tim, alles gut? Jaaa, mir ist richtig warm. Es ist viel mit der Bede. Was mit der? Was? Mit der Bede. Sehr ja. Wir machen jetzt unseren Soundcheck. Jetzt ist unsere Vorband von uns, Most Wanted hat jetzt gerade einen Soundcheck gemacht. Richtig geile Band. Und jetzt machen wir uns warm und hauen einen geilen Sound her und dann geht es um 20.15 Uhr los. Schönen Griff drauf nicht. Ja, die kalte Fontäne. Jetzt weiß ich auch wie es funktioniert. Und wie? Ich drücke 1, 2 oder 3 und dann auf Stopp. Ja, sag mal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 2 drücke. Und dann mach ich Stopp. Okay. Ladies and Gentlemen. Lange haben wir drauf gewartet. Endlich ist es soweit. Wir präsentieren aus Augsburg, Germany. Leko Mio. Bye! Ciao! dass wir heute wieder da sein dürften und mit euch feiern dürften. Gebt's mit uns Vollgas jetzt auf die Bierbänke. Habt's einfach Spaß und wir machen gleich weiter. Sie sind vergangen. Komm her, baby! Ich bin immer wieder! Ich bin immer wieder! Ich bin immer wieder! Ich bin immer wieder! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020